Der FS20 IES 475 aus dem Mietpark der Bayer Miet Service KG wird in vielen Branchen benötigt. Mit einem 10 kW starken Elektromotor verlädt der FS20 IES 475 einfach und schnell schwere und sperrige Objekte. Dadurch hilft er dem großen Produktionsteam beim Aufbau ihrer Kulissen, sodass aus einer leeren Lagerhalle schnell und unkompliziert ein funktionierendes Logistikunternehmen wird. Selbstverständlich scheut er sich auch nicht vor diesem Gastauftritt. Durch eine Hubhöhe von 4,75 m und einer Gabellänge von 1,20 m können nicht nur größere und sperrige Objekte verladen werden, sondern auch kleine Kulissenteile. Gegenstände bis zu 2000 kg werden mit einer maximalen Geschwindigkeit von 17 kmh zügig transportiert, sodass dieser Einsatz mit Bravour gemeistert wird. Durch die Vielseitigkeit wird der Stapler nicht nur bei Fernsehproduktionen benutzt, sondern auch in der Industrie, in Lager- und Archivhallen, in verschiedensten Handwerksbranchen und zum Verladen von Materialien, sowie auch zum Aufbau verschiedenster Events. Dank seiner flexiblen Art ist er bei vielen Einsätzen unverzichtbar. Durch seinen geringen Wenderadius von 1,96 m, einer Gesamtlänge von 2,10 m, einer Gesamtbreite von 1,15 m und einer Gesamthöhe von 2,13 m ist der Frontstapler nicht nur für große Hallen geeignet, sondern auch für Hebelprojekte in kleineren Lagern. Musik 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 Musik